Willkommen, willkommen zurück zu Stronger Crusader 2 mit mir, Peter Wuss von Krieg.de und ich hab beschlossen, dass wir es einfach so noch versuchen und wir werden einfach die Gruppe von Kriegswölfen auffüllen durch eine Riesenmenge normale Katapulte. Hab ich jetzt einfach mal gerade so beschlossen und ganz, ganz viele Schutzwände. Und dann wird das schon irgendwie gehen. Wir werden das schon reißen und und ich denke, das wird schon klappen. Wäre ja gelacht, wäre ja gelacht, wenn das nicht ginge. Und irgendwie wäre das ja auch gelacht, wenn ich jetzt ernsthaft das so dahin gebaut hätte. Das ist das Letzte, was dahin geht. Aber gut, ändern können wir es jetzt auch nicht mehr. Stellen wir uns nochmal ein paar mehr Ochsen auf. Und kaufen uns ein bisschen Holz. Führe noch ein Haus. Damit wir auch genug Arbeiter haben und alles. So, wie sieht es denn hier mit den Kerzen aus? Wir produzieren 13. Okay, dann verticken wir die auch mal bis zu einem gewissen Grade. So, bis auf 20 oder so. Brauchen wir die ja auch nicht. Mein olympisches Feuer läuft immer noch. Bauen einfach eine riesige Gruppe an Artillerie auf. Das wird schon irgendwie gehen. Vielleicht bugt auch gerade der Angriff, weil hier die ganze Zeit noch Truppen stehen. Das wäre natürlich ganz besonders sweet. Ja, hier, da, hier. Komm, komm. Setz mal einen Sammelpunkt, du Sack. Und die 40 Schwertkämpfer, die ich jetzt ein hab, mit den 20 da unten. Die müssen dann letztlich reichen, um mit der Bresche was anzufangen. Ich werde dann hier die Katapulte. Wie können wir dienen? Und... ... die Schildwände dazu ziehen. Wir sind einsatzbereit. Der Feind greift an. Der Feind greift an, schon wieder. Der Feind ist ein ziemlich hartnäckiger Sack. Muss ich sagen. Euer Gnaden? Zieh ihn los! So, ich hab ja den Sammelpunkt. Ich brauche gar nicht mehr mal klicken. Wie viele haben wir denn hier? Ein paar. Ein paar. Und alles mit Belagerungsgerät erledigt. Alles. Absolut alles. Euer Gnaden? Gehen los! Gehen los! Zieh ihn jetzt los! Zieh ihn los! Den will ich nämlich gerne... ...den Bogenschützen als Geschenk geben. Auf geht's. Mindeste ist nämlich, dass da jetzt Feuer ist. Nicht, dass das besonders viel gebracht hätte oder so, aber... ...ein Schadenfeuer, das muss sein. Das komische... ...verbackte Feuer da vorne tut auch seinen Teil zur Verteidigung. Nice. Pff. Sieht's denn aus, wie viele Schildwände haben wir denn hier mittlerweile? Wir sind einsatzbereit. Oh, machen wir mal zehn draus. Oh shit. Oh shit. Wir werden angegriffen. ...kämpft, töntet sie, vernichtet sie. Okay. Alles gut, so mehr oder weniger. Ähm, los, weg da. Werdet von Armbrustschützen verfolgt. Holy shit. Du kennst... ...könnt ihr jetzt ein bisschen eng werden. Oh je. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Ausrüstung zu bauen. Oh je, oh je. Wir haben ja Säidi. Ja, kann man... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird schief gehen. Oh Gott. Du musst halt. Das wird massivst nach hinten losgehen, um genau zu sein. Bauern werden benötigt, Sire. Ey, nach rein. Ist ja nach unten, die können wir mal einsam. Ah, da haben sie schon wieder Bogenschützen aufgestellt. Tötet die Altmann zuerst, bitte. Bauern werden benötigt, Sire. Ist da ein Du-Werkroßikum? Da nimmt man gerne noch so eine Treppe dran. Wärft mich, dass die hier die ganze Zeit so einen Kreis rennen müssen. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Die Stelle ist blockiert. Ah, okay. Und? Ich glaube nicht, dass meine Truppen reichen werden, um das hier aufzuhalten. Jedenfalls nicht meine Ferienkämpfer, die jetzt alle tot sind. Ah, stellt euch ins Feuer. So ist recht. So gefällt mir das. Gut eure Pflicht. Ich würde mich ja so unheimlich gerne dagegen wehren mit meinen Schwertkämpfern. Aber ich sehe die auch nur ins Feuer reinlaufen. Ganz ehrlich, locken wir die mal raus, die Schwertkämpfern. Dann ist Zeit für den Angriff. Und schon. Geimpft. Ja, genau so wollte ich das. Genau so wollte ich das. So, hier könnt ihr kämpfen. Alles gut. Ihr habt mich gemischt in Gold, um diese Ausrüstung zu bauen. Schon zwangst, bereit? Bevor wir hier neu starten, versuchen wir das mal. Gerade. Brücken vor. Diesen etwas kleineren Tuch. Wie soll das gehen? Ziehen jetzt los. Das wird unmöglich. Könnt ihr bitte zusammen gehen? Bist du auseinandergezogen? Die scheiß Schilde da. Macht alles zunichte. Was ich hier versucht habe aufzubauen. Bewege Schutzwaffen. Auseinander, wenn ihr sagt. Bleibt ihr gefälligst. Achtet auf Geschosse. Bewegen uns. Bei den Katapulten. Bewege Schutzwand. Ziehen los. Bewegen uns. Euer Gnaden. Wir sind einsatzbereit. Wie lautet der Plan? Genau nach Plan. Okay. Rekruten werden benötigt sein. Euer Gnaden. Bein auf. Platzwand, bereit? In Vorbereitung. Baumeister zu dienst. Wir sind einsatzbereit. In Vorbereitung. Schutzwand, bereit? In Vorbereitung. Wie lautet der Plan? In Vorbereitung. Unsere Werkzeuge sind bereit. Okay. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Ausrüstung zu bauen. Wie können wir dienen? Okay. Okay. Ziehen jetzt los. Dann. Ziehen wir mal jetzt nach. Wir sind einsatzbereit. Wir sind einsatzbereit. Bewege Schutzwand. Das sind meine Schwertkämpfer. Wegen wir auch mal hierher. Meine Schwertkämpfer sind dabei. Euer Gnaden. Ziehen los. Bewege Schutzwand. Genau nach Plan. Wie soll das gehen? Ja, mach die kaputt da oben. Los, los, los. Die Bauern werden benötigt, Seir. Al-Fursan-Jah-Hizun. Os-der-Au-Au-A-Mirakala. In Vorbereitung. Na okay, ihr trefft überhaupt niemanden. Das ist natürlich. nicht. Berühend. Na also, das geht doch. Fast alles, was ich von euch verlange. Ich habe das Gefühl, ich verliere hier gerade ganz schön viele Katapulte. Ah, nicht ganz. Okay. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so geht. Aber gut. Auch etwas eher unorthodoxe Methoden hier. Hier müssen wir ihn gerade noch hinten schlagen. Dann erstmal dieser Turm da drauf gehen muss. Okay. Da ist der Turm kaputt. Der Feind greift mich an. Ich glaube, der Feind hat da irgendwas missverstanden. Das sind wir daran gemessen von dem, was hier gerade so abgeht. Ah, okay. Hallo, was? Wir haben gerade zu viele Informationen in fremden Sprachen. In Vorbereitung. Gebt uns etwas zu tun. Mal laut, unsere Werkzeuge sind bereit. Ah, den Turm da noch kaputt. Hamas. Ein paar Truppen, die da jetzt noch umkriegt sind. Werden es nicht mehr rumreißen. Für unseren Freund. Oh, ho, ho, ho. Gott. Merkt man, dass die Engine noch nicht so hundertprozentig gut optimiert ist. Dann ist es so krass rumleckt. Aber theoretisch müssen wir es doch tatsächlich in der Zeit jetzt schaffen. Oha, dafür verlieren wir gerade unsere Stellung ein bisschen. Bauern werden benötigt, Sire. Kehrat ist gefallen. Euer Gruppertigkeit. Was für eine heldenhafte Großtat. Nice. Habe ich wirklich nicht mit gerechnet, dass wir das in dem Setup noch schaffen. Das sah gerade ganz, ganz anders aus. Aber das ist natürlich jetzt ein... ...und übersteht ihn. Die störrische Zeder zerbricht. Ja, wunderschön. Ähm, ha, ha, cool. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Okay, nachdem die letzten zwei Folgen so lang waren, mache ich die einfach mal kurz und genieße meinen Sieg, meinen Triumph. Und, ähm, also sagen wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es dann... ...auf die Hörner von Hattin geht. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat. Like da lassen, wenn was zu sagen. Kommentieren, wer es noch nicht getan hat. Abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Vielen Dank. Ciao.